Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play ETT. Let's Play Desinteresse. Let's Play Desinteresse. Ey, ich hab Licht ausgemacht. Ich weiß nicht, mich verwirrt das immer, wenn irgendjemand von euch dazwischenquasselt. Wie? Ja. Also was? Das ist jetzt Quatsch. Ich rede kein Zwischen. Fußspuren. Fußspuren, ja. Also dir würde ich ja dazu mal gar nicht Zwischen reden. Na generell nicht, oder? Ach, ihr seid behindert. Ich weiß. Im Übrigen könnte mir jemand Stühle reichen. Oh. Wo bist du denn? Sesh, wenn ich nach Stühlen frage, müsstest du wissen, wo ich bin. Ich bin auch in dem Raum, aber ich seh dich nicht. Ich bin nicht in dem Raum. Ich sage nur Container. Ach so, der hat sich selber eingesperrt. Nee, warte. Ich würde ja gerne hochkommen, aber hier ist gerade Feuer. Alter, was ist das denn hier für eine pinke Scheiße? Das ist... Ja, nimm mal von da mit, Magneto. Stick die Stühle mit. Dann? Jetzt kommt der da nicht mehr raus. Ich sage der Moe ist Traitor. Ja, alles klar. Warum? Möglich ist... Weiß er nicht. Äh, Timo. Das mit mehr? Ach, fuck. Hey, war eine gute Runde von mir. Reicht dir der eine Stuhl nicht? Nee, nee. Ich habe die Müri wieder rausgeschafft. Halli. Lo... Hahaha. Nee. Disco wird auch funktionieren. Disco wird funktionieren, aber das war eine Insta. Ja. Das war... Lo... Lo... Was denn? Achso. Nein, alles gut. Erst mal LoL sagen. Ja, ich habe gerade gedacht, ich stehe vor dem Container. Product Placement. Och, schon wieder Traitor. Kann noch nicht sein. Vor allem war ich immer noch Preparing-Gehl. Nimm die Auge auf. Mein Gott. Ich habe eine Huge. Ich will eine andere. Ich weiß nicht, was ich für eine Granate habe, ne? Oh Gott. Hört sich nach Incendary an. Alter, ich weiß nicht. Wäre das mit Plasma gewesen, hätte ich die gespeckt. Die letzten zwei Maps fast nicht Traitor. Alles klar, Kali ist Traitor. Da wird direkt geschossen. Timo. Alles klar. Kali, wir beide bleiben hier drin, ne? Ach, du bist auch hier. Okay. Bin es nicht, aber ist egal. Das ist nur ein Versuch von Basti. Alter, bist du bescheuert? Beschmeiß mich doch nicht mit der Pflanze. Entschuldigung. Mach mit. Die Seite. Boah, der ist ja bekloppt. Ja, ein bisschen. Okay, wir müssen das ganze Höherstapel noch. Ja. Weiß zwar nicht, was der macht, aber ich kann mal gucken, was er macht. Nein, bleib mal da hinten. Woha hast du nicht hinkommen? Was hab ich eigentlich für eine Waffe? Na, na auch. Alles klar. Gleich hat er sich schon Teleport hingesetzt und Teleport sich reinziehen in einen Giard-Bombo. Und zack. Alter, der mit mir. Also, die Wand ist echt fies, ey. Ja. Vorsicht. Okay, zwei Stühle noch. Ja. Ja, wir sind safe, würde ich sagen. Ich guck jetzt mal jetzt die ganze Zeit die Wand an und mach so. Ich mach das nicht in der Aufnahme. Nein! Dafür hast du schon zu viel geschluckt gehabt, Timo. Schön. Ich weiß nicht, wie viel du hattest, aber viel kann das nicht mehr gewesen sein. Stopp. Von, ich seh nur, da ankommt, will grad abdrücken. Boah, Melone gefressen. Von dir direkt anfängt zu ballern, ey. Das Ding, das war einfach. Ich dachte, mit der MP7 kannst du mehr reißen, ey. Ne. Also, wenn du den Rücken zu mir standest, war die so wahrscheinlich... Die ist nur in COD, gut. Wenn, dann die MP5 in dem Spiel. Na verdammt, ist nicht gut. Bababa. Das sah sehr schön aus wie die Stühle. Intel! Was? Von wie Timo noch reingekommen ist einfach mal ein Knallerdrausch. Das ist auch eine Insta-Therorie. Er ist der Einzige, wie der Wecker ist da, ne? Oh, ey, schon wieder Traitor? Kann doch jetzt sein, oder? Alles klar, Timo ist es. Wo ist er? Da ist Timo. Hallo, Timo. Alter! Ich finde das viel schlimmer, dass ich wirklich schon wieder Inus-Saint bin. Alles klar, Kai ist es. Kai ist es. Kai? Jetzt gehen wir aus dem Weg. Kai übel? Alter, ohne willst du, wenn du mich gleich einmal triffst, ne? Der muss nachladen, kill die. Wir haben nur eine halbe Stunde Zeit. Oh, ich laufe hier einfach so her, ey. Oh Gott. Gut, dass sie nach unten gefallen ist. Das ist nicht schlimm. Ja, ich sage ja, gut, dass sie nach unten gefallen ist. Der ist mir in die Oma nicht. Aber der Kalli, der ist so alleine. Der wird bestimmt jetzt ganz in Ruhe kaufen und hat gleich alle Klamotten. Dann hat sie einen Teleporter hingesetzt. Ey, geh weg da. Hallo. Der Englische ist da reinzugehen. Hi, in Gato, wir sind unten. Hallo. Ich, ich, ich. Jetzt sind drei Leute hier drin. Ey. Sorry. Du hast mich fast getroffen. Ja, ich weiß. Ich wollte euch gerade schreiben, ja, die Vasen gehen auch noch. Ja, ja, das wissen wir. Also, Fakt ist, einer von euch, Brian, ist da. Das ist jetzt Quatsch. Der Moe, der hatte gerade nichts in der Hand. Was? Ich bin hier gerade rausgegangen, das war Timo. Timo. Was? Ja. Ich habe einen gekocht. Ja, wo ich war, wo war. Der fall da nicht wieder runter, ne? Pictures of you. Ne, ne. Ich bin ja dieses Modrator, deswegen möchte ich da nicht so gerne rein. Habe ich ja keine Chance. Komm, jetzt alle vier hier einfach in der Mitte stellen. Komm. Ja, alles klar. Vielleicht haben wir eine Chance gegeben für eine G-Adcom. Sie waren wahnsinnig. Jetzt kommst du, hat er gesagt? Nein. Nein. Die Chance hatte ich doch auf La Bandia schon. Puh, habe ich es doch gar richtig rausgelaufen. Ja. Ich bin ja... Das hat der Poch gemappt da. Das sah im Übrigen sehr gut aus in der Aufnahme. Wie ich einfach nur ganz schnell mich ungerecht habe und nach hinten gelaufen bin. Pictures of you. Timo, du weißt, ich hole dich nicht daraus, wenn du zwischen den Container und der Band landen bist, ne? Okay. Dann aber auf dem Brunnen. Haha. Brr. Hm. Ah, ich habe Angst. Komm her, ich schubst dich. Weißt du, wie das aussieht, ey? Wir nehmen einen Aura-Film. Kro, 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 kro. Kro, kro. Welchen Aura-Film? Na, fast. Das war er nicht. Warum was? Ach, fast. Hätte er fast da runtergeschossen mit dem Weizelber. Ähm, der Kalli zielt auf den Basti. Mit einer Strohplinte, ja. Na Strohplante. Alles klar, Kalli hat an, Kalli ist das. Kalli ist das. Kalli hat an. Na, Pro. Mo ist wieder hier. Ja, Mo hat sich an den Brunnen. Hallo. Hallo. Wie komme ich denn in Strata zum Besten hier wieder raus? Hättest du vorher in Teleport sitzen müssen. Ja, das wäre ziemlich schlauer gewesen. Aber das wär's nicht du. Richtig. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Mo hat sich eingebaut. Ich hab mir eingebaut, Junge. Du hast sie eingebaut. Hätte Tüte. Leute. Wieso denn? Die fucking Nähe. Alter. Fuck you, Kalli. Fuck you. Der wollte mich wegmachen. Hast du was gebracht? Kalli wollte mich wegmachen. Wollte ich nicht wegmachen. Der hat mich mit einer fucking Ding ins Plasma abgeworfen. Hab ich gar nicht. Ich hab auf die Stühle geschmissen. Ja, und ich stand genau hinter den Stühlen. Mach dich jetzt. Na, jetzt wird's langsam interessant. Ah, ich komme nicht raus. Auf 1,30 war ich. Ja. Ah, aber es wird so langsam jetzt. Wer spielt denn so auf die Taktik? Ich? Mo. Können wir sagen Mo, ne? Ich mach's ab und zu, aber... Ab und zu, Mama. Ab und zu, Molo. Im Gegensatz zu Tüte, Lose, Foto, Molo, wegkotzt. Das ist Quatsch. Ja. Sofort zack drauf. Boah. Jemand hat auch mich geschossen. Das ist Quatsch. Mo, mo. Oh, muss nachfahren. Moment. Fuck. Ja, oh, muss nachfahren. Fuck. Die. Dab. Die. Dab. Ja, warte. Ich will mitmachen. Dab. 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 So, sehr schlimm. In den Arnos. Auf die Füße. Weiß. Juhu. Schade, ich bin hier rausgeflogen. Wir schmeißen hier eine Ince in der Wind. Ich nicht. Ich habe da jetzt auch eine Ince in geworfen. Ist so enough preparing. Stimmt, doch. Kann ich durchlaufen. Ich darf auch. So ähnlich hört sich das an, wenn du nur da durchläufst, ja. Pictures of you. Da hat die Wanne auch. Oh, das ist der etwas geworfen. Der hat was geworfen, der ist das. Meister mit Stühlen, Mo, ist es. Ach, no. Oh, no, no, no. Ja, komm her. Pictures of you. Pictures of me. Stuhl zerschossen. Gibt es eigentlich ein Radio auf der Klinik? Oh, hier hat einer Licht ausgemacht. Die hat einer Licht ausgemacht, glaube ich. Ja, ich mach's mal Licht aus. Soll ich wieder anmachen? Weil ich mache wieder an. Hier gibt es ein Licht. Hier gibt es ein Licht. Schalter, drei Stück. Hau ab, jetzt die, nur. Nein, falsche. Entschuldigung. Ich bin dauernd, wenn Maul ist es. Ja, mach mich. Wenn ich nicht mehr rede, ist es Maul. Kannst du es auch umlegen, die drei. Echt? Ja. Probier aus, ich hier auch weg. Schnell, ich war jetzt eine Seilbahn. Du hast bestimmt irgendwas gemacht. Ja, die ist vergiftet. Der ist einfach misstrauen. Wenn du den anpackst, den Schalter, bist du instant down. Ja. Genau. Ist natürlich der Fall. Eine Seilbahn. Na, wir schmeißen den mit Diskus. Das ist Quatsch. Er schießt da. Deine Mama. Ja, der Schießer. Kali ist satt, bramische Theorie. Nee, klappt bei uns. Nee, klappt bei uns. Alles klar. Na, wer ist denn dein Lichthaus? Im Lichthaus. Na, wer ist er? Im 2.3. Oh, ich bin jetzt dunkel. Timo, ist es. Hallo. Hallo, Burs. Guten Tag. Ach, fuck you. Alter. Das war eine Auge. Ja. Und ich weiß noch, wenn er eine Auge hat. Die Miesel. Der Kali. Schießt auf mich. Ich hab keine Augen. Du hast getroffen, ohne Schatz. Schieß mal mit der Waffe, Kali, bitte. Aber nicht auf mich. In die Luft. Nee. Doch. Schieß in die Luft. Baby. Baby, baby, baby. Baby von oben. Da, da, da. Da hat er die Baby keine Ohne gehabt. Hat der Kali Feuerwerk versucht. Aber nein, du hast mich nicht getroffen. Au. Oh Gott. Ich wollte ein bisschen provozieren. Ah, schön. Schieß damit der Waffe... Nein. Ja, so geht das. Oh, nee. Nicht die Krieg. Nicht die Krieg, die hier, die SSG. AR-15. Achso. Nee, warte mal. SSG-S-Co. Das ist richtig. SG-525-15 müssen drin. SSG-23. 12, 43, 17, 77. 17. Incentary. Ich habe auch eine Incentary geschmissen. Also, Junge, man kommt doch einfacher auf den Brunnen, ne? Was? Man kommt einfacher auf den Brunnen. Ja. Wie denn? Einfach drauf springen, ja? Ja, einfach von den Container rüber springen. Gut. Was? 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 So, wie gefällt es euch im Dunkeln? Im Dunkeln ist der Lüge. Im Dunkeln ist der Lüge. Und draußen ist der Lüge. Weil hier an den Scheiß Schneedingern kannst du so schnell abrutschen, das ist heftig, ey. Tut auch direkt weh, ne? Ja. 10 HP abgezogen? Äh, ein bisschen mehr, 78 haben wir doch. Ach da. Ey, dann machen wir eine Einwanderung aus. Dadurch hatte ich vorhin den Schaden gekriegt. Weil ich auch da oben versprungen. Voll mies. Ich habe mich natürlich provozieren, mal ein bisschen. Ich erklärte, Gott. Kali geht runter. Kali ist mehr, kann ich zum Kauf? Timo? Ja. Du mieser kleiner Penner, ey. Ich hatte noch 3 HP. Ui. Du kleiner Penner. Aber Timo, du weißt, dass das nicht geklappt hätte, ne? Ich klappe da nicht. Du bist schon weiter weggelaufen. Ich schand die ganze Zeit nur vor dem scheiß Lichtschalter und hab das eine Licht immer an und ausgemacht. Wow. Das ist meine Aufgabe. Licht an, Licht aus. Ich will ja nicht weiter. Lichter. Pictures are few. Was? Habe ich mich auch gerade gefragt. Hm. Eine Insel mit zwei Bergen. Was? Oh, Leute. Schon wieder Traitor gibt es gar nicht, oder? Nein, habt einer das Licht ausgemacht. Oh nein. Ich habe Angst. Ich komme zu dir. Ich helfe dir. Nee, alles gut. Ah, ich habe dir geholfen. Pictures of you. Da, da, da. Das ist echt kauf, dass es geht. Ich habe jetzt echt die ganze Zeit singen, oder? Ja. Oh, wohnt confirmed. Oh nein. Oh, verdammt. Könnten bitte jemals Stühle reichen? Hey. Schade. Geht das? Geht das? Geht das? Arsch, was kommt auf. Na, verdammt. Alter. Was? Timo hat mir auch traurig gemacht. Oh nein. Ja, mit einer Pistole. Ja. Was ist denn hier? Ich habe mich nicht weggeschubst, hat. Hm. Hallo. Lass mich jetzt. Ja. Ich habe mich nicht weggeschubst, habe ich mich nicht wegschubst, habe ich nicht wegschubst. Oder gib mir Stühle, eins zum Bein. Aber nicht deinen Stuhl. Gang. Nicht? So eine richtig schöne Stufe 7. Boah, geil. So mitten ins Gesicht. Würde ich voll geil finden. Ich weiß. Au, das ist mein Kopf. Au, mein Kopf. Au, mein Bein. Au, mein Kopf. Boah, wo war das noch? Von euch in dem Spiel wurde es die ganze Zeit zu bieten. Ja, ich weiß es jetzt aber auch nicht mehr. Achtung. Willst du mich verarschen? Au. Halli, ist es. Hast du dich schön in die Ecke gestellt zum Kaufen? Ich wusste nicht, was ich kaufen sollte. Ich war letzt, oder bin letzt da mit 21 Punkten. Alter. Au. Ja, Kali hat gewonnen. Dann such mal aus. Ich habe doch nicht gewonnen. Doch, du hast gewonnen. 28 Punkte. Go, go. Ja, krass. Weiß ich nicht. Alles außer Stargate. Ja, dann klick drauf. Wenn halt keiner wählt, dann ist es jetzt Rooftops. Yeah. Dann ist es Rooftops. Tschüss.